Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 26. November. Ja, gestern hatten wir leider einen Ausfall kurzfristig, das ging nicht anders, aber wir hätten wahrscheinlich eh nur über den Tesla-Cybertruck geredet und habt da wahrscheinlich eh schon genug von gehört. Heute haben wir aber anscheinend eine Mobilitätssonderfolge sozusagen, denn alle Themen drehen sich darum und wir haben dabei Uber, Ford, logischerweise auch Tesla, Coup und Lime. Beginnen tun wir mit Uber. Die dürfen wir ja schon seit Längerem nicht mehr mit einer vollwertigen Lizenz in London arbeiten. Und da gab es dann eine Ausnahmegenehmigung, denn die Transport for London, also praktisch die Verkehrsabteilung der Londoner Stadtverwaltung, die hatte gesagt, es gibt halt diverse Probleme, die müssen die fixen. So, das hat Uber dann teilweise gemacht, hat nochmal eine zweimonantige Verlängerung dieser temporären Lizenz bekommen, die jetzt abgelaufen ist und Transport for London hat jetzt gesagt, es sind immer noch genug Punkte offen und Uber bekommt keine vollwertige Lizenz. Dagegen wird Uber jetzt Einspruch erheben und während des Einspruchs dürfen die ganz normal weiterfahren, als ob sie eine Lizenz hätten. Also wird diese temporäre Verlängerung dadurch nochmal temporär weiterverlängert und dann muss jemand entscheiden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, einfach haben sie es nicht in London. Ja, einfach hat es auch nicht unbedingt Ford gehabt, denn die wurden ja ordentlich zur Schau gestellt auf der Vorstellung des Tesla Cybertrucks letzte Woche. Und ja, Ford hat gesagt, der Vergleich, wie der Tesla Cybertruck den Ford F-150 wegzieht, der wäre nicht fair, das haben auch schon diverse andere im Netz gesagt, denn halt, der wäre halt nicht in vollem Modus gewesen, der Tesla fährt so früh an und ganz viele Gründe, warum das kein fairer Vergleich ist. Und auf Twitter hat sich jetzt ein Vice-Präsident von Ford X gemeldet, das ist der Venture-Incubator von Ford Motors und zwar der Sunny Madra, keine Ahnung, wie er sich ausspricht, und der hat gesagt, Elon Musk sollte doch mal einen Cybertruck rüberschicken und dann würden sie auch einen Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich machen. Ja, ich glaube nicht, dass er das machen wird, aber auf jeden Fall, es gab ganz viel Publicity, leider nicht für Ford zum Besten. Ja, nicht zum Besten war auch die Vorstellung letzte Woche auf der Bühne, wo die beiden Scheiben des Tesla Cybertruck her kaputt gingen und auch da hat Twitter uns wieder was gebracht und zwar Elon Musk twittert ja auch gerne, der hat sich dazu gemeldet und hat gesagt, der Vorschlag haben wir, mit dem sie vorher auf die Tür gehauen haben, der wäre schuld gewesen, denn der hätte die Scheiben leicht beschädigt. Ja, da wundert man sich, okay, klingt erstmal in Ordnung, aber sie haben ja nur auf die Tür geschlagen und nicht hinten auf die hintere Tür, also sie haben auf die vordere Tür geschlagen und die, beide Scheiben sind ja gekrackt. Also so richtig rund wird es nicht. Ich glaube halt wahrscheinlich wirklich, die haben zu oft da was drauf geworfen. Elon Musk hatte ja dann auch am Freitag, war es glaube ich, nochmal ein Video getweetet, wo sie halt die Stahlkugel im Test, ja im Headquarter, schon mehrmals auf die Scheibe geschmissen haben. Ja, ich auch, da wird es nicht irgendwie groß eine Auflösung geben, das nehmen wir mal einfach so hin. Jetzt mal von Tesla weg und hin zu Coop. Das ist ja ein Anbieter von E-Mopeds, also eigentlich sagt man auch E-Scooter, das verwirrt aber mit den Tretrollern, ich sage dann immer E-Mopeds und die waren aktiv in Berlin, Paris und Madrid. Ich selber habe die sehr gerne in Berlin genutzt, das ist praktisch auch so ein Free-Floating-Konzept, sprich, das sind halt Elektro-Mopeds, die stehen in der ganzen Stadt um. Man schaltet sich die mit der App frei, nimmt den Helm raus und kann losfahren und stellt sie dann wieder irgendwo ab, wenn man fertig ist. Die haben jetzt gesagt, sie stellen den Betrieb in Berlin ein und Paris und Madrid werden auch direkt danach folgen und praktisch stellen sie damit die Firma ein, also den Betrieb des Dienstes Coop. Das ist ja schon überraschend und auch erschreckend in Anführungsstrichen. Sie sagen jedenfalls, dass der Betrieb der Flotte nicht wirtschaftlich wäre und dahinter steckt die Firma Bosch, also eine sehr große deutsche Traditionsfirma und die scheint keinen langen Atem zu haben, denn das so nach einem Jahr, anderthalb zu beurteilen oder auch keine Änderungen mal zu machen, ist ein bisschen, das hätte man auch vorher wissen können, glaube ich. In Paris gibt es noch einen Konkurrenten, das Cityscoot, die werden wohl weiter aktiv sein und auch in Berlin gibt es einen Konkurrenten, das ist nämlich EMI und die freuen sich auf jeden Fall über neue Fahrer und haben auch gerade eine Aktion am Start, wo man mit einem Coupon-Gutschein, der auf Coop irgendwie verweist, müsst ihr mal auf Twitter gucken, entsprechend die Freischaltungsruhe bei denen erlassen bekommt und ein paar Freiminuten. Also, wenn ihr in Berlin E-Moped fahren wollt, guckt euch nochmal EMI an und wenn ihr lieber, wie ich, E-Scooter, also E-Tretroller fahrt, dann kennt ihr natürlich Lime und Lime hat jetzt bekannt gegeben, dass sie der erste E-Scooter-Anbieter in Kapstadt, in Südafrika werden sein. Ist das korrekt ausgesprochen? Oder sein werden, besser gesagt, ne? Genau, und das sind schöne Nachrichten, die expandieren und im Unterschied zu den USA und Europa wird es erstmal anders laufen in Südafrika, denn da werden die Limes nicht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, sondern auf Privatflächen und mehr gibt es dazu noch nicht als Information. Die Frage ist nämlich dann, kann ich die auch nur auf diesen Privatflächen abstellen oder gibt es da vielleicht irgendwie so eine Übergangsmöglichkeit, ich hole die aus den Privatflächen und stelle die woanders ab und irgendeiner bringt sie wieder weg. Ich kann mir viel vorstellen, mal gucken, was daraus wird. Generell ist Lime wohl werden auch in den nächsten Wochen in Abu Dhabi und Dubai, in den feinächten Arabischen Emiraten starten, also auf jeden Fall Expansion bei denen, denen scheint es noch gut zu gehen, die haben noch genug Geld aus ihren Risikokapital, was sie bekommen haben. So, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und dann haben wir weniger E-Mobilität und mal wieder ein paar andere Themen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.